Ein normales Spiel sieht man sicher nicht, gerade wenn man in der Champions-League-Halbfinale ist, da ist es dann auch unabhängig, ob das jetzt Real oder irgendeine andere Mannschaft ist. Halbfinale in der Champions League ist immer sehr besonders, gegen Real Madrid dann sicherlich nochmal etwas besonderer, weil eben Real ein riesen Klub ist und ich glaube, so ein Champions-League-Halbfinale, Real gegen Bayern, das guckt sich jeder gerne an, der irgendwas mit Fußball am Hut hat.